Musik Leben die noch? Ja, die leben noch. Oder? Ja, ja. Na ja, die einen dann auf der Ausbruchsseite die Bank bald gekriegt sind. Ja, wie viel? Oh Gott. Wir sind echt hart vor. Was ist das? Ja. Oh Gott. Aber ein hartes Sonnenrad auf dem Bauch. Das ist einfach. Nichts anhalten. Boah. Schön. Schön. Wie geht's zu deinen Haaren? Wenn du heute Abend wächst und nicht gut ausspültest, hast du morgen Beton gemacht. Jo. Schlimmer geht immer. Das wäre schon ganz schönes Lampes gewesen. Siehst du auch so aus wie die Kamera aussieht? Oh ja. Ich bin in der Nähe des Haare. Ich bin in der Nähe des Haare. Und ich bin in der Nähe des Haare. 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 Mein Bruder ist 11 Jahre alt und mein Bruder ist 14 Jahre alt und ich bin 10 Jahre alt. Aber jemand sagt mir, wie viele Landmine sagt mir, wie viele Landmine sagt mir. Also, ich habe noch nie gesehen. Wenn ich durch die Jungle mit meinem Bruder und Sistern stand, dann bin ich auf der Seite. Ich erinnere mich nichts, was passiert. Erstens, ich nur hör auf, aber ich erinnere mich. Wenn ich meine Mutter und meine Eltern hörte, und sie haben mich in den Hohpital, dann habe ich mich bereits verloren. Aber es ist zu schlecht. Die Bruder, TNT ist mir, und es hat mich zurückgezogen, und es hat meinen Bruder und Sistern vor mir geschaut. All die Menschen sterben. Meine Bruder und Sistern sterben durch die Bruder, die Bruder, TNT, und sie zerben sie, und die Blöden kommen, und die Blöden kommen, und sie sterben. Ja. 23 Jahre. Ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich noch nur eine Blöden leben habe. Ja. Das ist 23 Jahre. Ja. Ich hebe nicht auf. Du hast doch gut gefangen. Lass mich mal jetzt setzen. Heute Badetag. Hier raubt man eine richtige Kurve. Die Applauskurve von Kambodscha. Die Applauskurve von Kambodscha. Hier ist es ein Applausch. Du magst es nicht? Ja. Du magst es nicht? Ich denke, Sie können es hier noch ab. Es ist sehr schön und gut. Sehr gut. Ich nehme eine Spur. Das ist ein Koffer, das ist ein Koffer? Das ist ein Koffer, das ist ein Koffer. Das ist ein Koffer. epersche? Das ist das Koffer Rästchen. Ja, das ist ein Koffer Rästchen. Danke, dann schau koffer das Koffer. Ja, das ist ein Koffer Rästchen. Danke. Und dann ab ich das rein. Ja ja! Ein bisschen weiter runter. Ein dicker spor. Jedergibden Koffer Neugret Vögel